Was ist Schamlippenkorrektur? Schamlippenkorrektur heißt Entfernung der Überschuss der Gewebe. Gewöhnlich ist es nur mit dem Schnitt am Rand der Schamlippen gemacht oder kann man auch mit V-Schnitt der Überschuss die übrige Gewebe entfernen. Aber V-Schnitt ist immer mit Heilungsprozessen mit Schwierigkeiten verbunden. Sie müssen die Aufmerksamkeit einigen, die die Unterricht und die Entfernung von ihm kommen. Sie müssen die Aufmerksamkeit von der Überschuss die übrigen Gewebe entfernen. Was ist Schamlippenkorrektur? Sie müssen die Aufmerksamkeit ausgerüstet werden. Vielen Dank.